Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader und damit herzlich willkommen zum vierten Webinar diese Woche mit den täglich neuen Handelsideen. Wir blicken heute in den DAX, wir blicken auf Neuseeland Dollar, US Dollar und wir gucken mal so ein bisschen rüber nach Großbritannien. Ich sehe gerade eine kleine Fehlermeldung, die Aufzeichnung vom GoToWebinar ist heute nicht möglich. Okay, dann schauen wir zu, wie wir das Ganze hier entsprechend im Nachgang machen. Und das, ja, kurze Meldung für diejenigen, die über das GoTo zu schauen, das holen wir nach. Ludger Olaf, Mario, wunderbar, schönen guten Morgen hier euch alle im Chatraum auch zu haben. Bei den Handelsideen in den Märkten, die ich gerade genannt habe, Euro, britischer Fund, hat hier am Ende noch gefehlt, geht es natürlich immer um die aktuellen Situationen in den Charts. Da gibt es ein paar Risiken, deswegen der Risikohinweis vorab, bitte zur Beachtung der Handel. Mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das bitte ich hier in Gänze, was wir abgebildet haben, auch zur Kenntnis zu nehmen. Und damit würde ich sagen, gehen wir hier gleich einmal weiter in die Tagesvorbereitung. Die wichtigsten Nachrichten heute, EZB, die drei Buchstaben, die hier extrem wichtig sind. Warum? Ganz klar, die EZB ist wichtig für die Entwicklung der Zinsgeschichte in Europa. Die nimmt immer sehr viel Rücksicht auf die wirtschaftlichen Situationen. Alles, was die tun und was hier von der EZB gesagt wird, hat einen starken Einfluss sehr, sehr oft auf die Entwicklung der Märkte. Deswegen ist das heute wichtig. Und dann haben wir noch das Gipfeltreffen der EU. Da ist auch hier wieder Thema Großbritannien an der Regel. Möglicherweise geht es da auch ein bisschen um Frankreich, um Italien, all diese Dinge, die wir hier haben. Also es bleibt auf alle Fälle spannend. Guten Morgen, Elena. Von den Zeiten her, wie ich schon gesagt habe, 10 Uhr geht das EU-Gipfeltreffen los. Von da an kann es immer mal Informationen geben. 13.45 Uhr kommen dann die ersten Meldungen von der EZB. Um 13.45 Uhr, wie wir es hier sehen, der Zinsentscheid. Und etwas später, dreiviertel Stunde später, die EZB-Pressekonferenz, wo mit Sicherheit jedes Wort von Herrn Draghi auf die Waagschale geworfen wird. Und zu schauen, was passiert. Was gibt es noch an dieser Stelle hier am Nachmittag in den USA? Die Export- und Importpreise. Und das ist wichtig, um zu sehen, wie die Entwicklung hier auch Richtung Inflation weitergeht. Und wir bekommen Informationen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Das ein Blick in ein paar wichtige Nachrichten für den heutigen Tag. Und damit gehen wir gleich rüber, ohne viel Zeit zu verlieren, in die Märkte hier. Wie immer mit dem Metatrader von Tickmill und dem Add-on mit dem Stereo-Trader oben drauf. Wir sehen hier ganz klar erst einmal den Tagesschart vom Neuseeland-US-Dollar. Sehr spannend, was wir hier sehen. Im Verhalten, das hat man ja nicht so oft an den Märkten. Aber es kommt doch hin und wieder vor. Thema hier, Handel aus der korrektiven Phase. Mario, kurze Frage. Mario, der fragt gerade, ob diese Nachrichten auch Einfluss auf den DAX haben. Mario, ich nehme mal an, du meinst die Nachrichten seitens der EZB? Wenn ja, natürlich. Das hat auch Auswirkungen entsprechend auf den DAX. Weil wir deutsche Unternehmen sind ja in der EU auch mit verbunden. Und aus diesem Grund hat sowas auch immer Einfluss entsprechend auf den DAX. Oder kann Einfluss auf den DAX haben. Fernando, guten Morgen. Also damit nochmal kurz zurück zu den Worten, die ich gesagt hatte. Mit der EZB, das kann Einfluss haben. Gut, schauen wir hier wieder in den Chart zurück. Neuseeland-US-Dollar. Was haben wir hier aktuell? Wir haben schön einen Aufwärtstrend. Wir haben einen Aufwärtstrend, der korrigiert. Alles schick sozusagen an dieser Stelle. Aber wir sehen so ein bisschen Unschlüssigkeit. Das ist ein interessantes Szenario. Mir hat mal ein Trader gesagt, Mensch, das sieht aus wie ein Trompetenrohr, was da kommt. Deswegen vielleicht Kursmuster Trompetenrohr. Auf alle Fälle ist es wichtig, was der Markt uns hier sagt. Wir haben ja die letzten Tage immer so eine Kerzen gehabt, wo es wirklich nicht viel bewegen geht. Der Markt läuft hier sozusagen seitwärts. Das sieht man in den großen Bewegungen ganz gut, wie sich die Kerzenkörper des Tages ausbilden. Und dann gab es immer mal so ein bisschen Geschnüffel nach oben, aber auch Geschnüffel nach unten. Und in beiden Situationen haben sich die Markthernehmer nicht so wirklich, sag ich mal, ja, wohlgefühlt. Und das ist so ein bisschen Unsicherheit. Aber das kommt den Freunden zugute, die sich sagen, Mensch, wir wollen hier einfach auch mal das Thema unscharfer Korrekturhandel machen. Weil manchmal hat man wirklich so eine schöne, tiefe Korrektur, kriegt aber kein sauberes Umkehrsignal wie ein Reversal Pattern oder eine Hammerkerze oder verschiedene Sachen und muss trotzdem irgendwie in den Markt rein. Und da hat man jetzt hier sozusagen gewisse, sag ich mal, Marken, die wir hier sehen, wo man sagen kann, okay, unscharfer Korrekturhandel. Man versucht einfach hier unten in diesem Bereich, wenn der Markt wieder runterläuft, irgendwo Abfischorders reinzupacken, die dann gefüllt werden. Wenn das Verhalten gleich bleibt, dann ist es halt was, was dann häufig auch wieder relativ gut nach oben läuft. Ohne jetzt diesen großen Trend hier irgendwie zu gefährden, weil wir stehen ja momentan noch mittendrin in der Korrektur. Das ist das Interessante. Warum ist das interessant? Weil wir uns wieder von unten her immer wieder auch in die Basis zurückziehen und nach oben hin immer schon mal ein Stückchen höher geschnüffelt haben. Wenn sich das Ganze dann in Trendrichtung auflöst, dann kann man halt mit solchen, sag ich mal, Systematiken, wo man aus der Korrektur ohne wichtige Handelssignale einfach so reingeht. Das heißt, sagt, der Trend wird sich fortsetzen und wir gehen hier mal sozusagen über gewisse Marker in den Markt rein. Da hat man gute Chancen, nach oben zu laufen, wenn der Markt diesen Trend hier auch weiter spielt. Heute Morgen scheint es ja auch so ein bisschen wieder so auszuschauen, als wenn er Stück für Stück nach oben läuft. Das ist interessant dort zu sehen. Wichtige Marken nach oben hin sind dann natürlich hier ein paar Tageshochstile. Die hier liegen bei 0,69, 1,25 und hier drüben hier, das ist diese Kerze bei 0,69, 4,38, bevor wir dann hier oben das Hoch vom Trend bei 0,69, 6,94 wieder anlaufen können nach unten hin. Natürlich kann sich eine solche Korrektur auch immer weiter ausdehnen. Das heißt, wer hier Unschlüssigkeit am Gefühl hat, sich sagt, ich weiß nicht so genau, der wartet erst mal ab. Diejenigen, die sagen, wir wollen hier ein ganzes Stückchen noch nach unten mit reingehen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Marker auf der Seite für Drehpunkte. Die sogenannten Pivot Points haben wir hier am Tagestief bei 0,67, 8,25. Das ist jetzt noch ein ganzes Stückchen weg. Und hier unten natürlich am Trendtief bei 0,67, 5,36. Wenn wir hier in die Stunde schauen, dann sehen wir dieses Hin und Her, diese unklare Lage noch, wie ich das auch im Blog geschrieben habe, dass der Markt hier deutlich unklar ist. Das heißt, wir laufen hier im Abwärtstrend sehr schön, knallt es hoch, dann wird der Abwärtstrend gebrochen. Es gibt aber keine gute Dynamik nach oben, sondern es knallt wieder runter. Der kleine Aufwärtstrend hier wird wieder gebrochen, es geht wieder ab. Das ist dieses Hin und Her. Und wenn sich diese Lage dann irgendwann beruhigt, dann können wir an diesen Stellen halt auch sehen, jetzt geht es hoch, jetzt beruhigt sich der Markt. Das ist dann das Situation, wo wir sehen, da kommen wir nach oben. Das heißt hier definitiv Watchlist-Potenzial für das mittelfristige, aber für die, die es kurzfristig mögen, diese Spikes nach unten, warum nicht? Dort einfach die Orders reinlegen in Richtung des übergeordneten Trends. Interessante Geschichten. Da kann sich durchaus der ein oder andere Spike nach oben schon mal lohnen. Einfach, wenn man wieder in diesen, wie wir das hier im Tagesschat auch sehen, mehr oder weniger fairen Preisbereich zurückgeben, was ich hier mit diesem Dreieck, entschuldigen Sie, mit diesem Rechteck hier entsprechend ein bisschen versucht habe mit aufzuzeigen. Also das sind die Dinge. Hier unten ist es unfair, hier ist der fairere Bereich. Das sieht man, dass die Märkte immer wieder dort reinschnäpsen. Also das sind Dinge, die kann man hier sehr, sehr schön anwenden und deswegen ist dieser Titel heute hier auch mit in den Blick gerutscht. Bleiben wir mal kurz noch bei der Währung. Gehen wir rüber nach Großbritannien. Euro-britisches Fund. Gestern Abend die Abstimmung der Tories. Alles beim Alten. Frau May darf weitermachen. Interessant. Nichts Neues für den Markt. Sieht man auch an den Marktreaktionen. Es ist quasi nichts passiert. Die Frage ist halt, wäre was passiert, wenn es andersrum ausgefallen ist. Aber die müssen wir uns heute nicht stellen, beziehungsweise nicht beantworten. Von der Seite her ist dort jetzt erstmal ein Jahr Ruhe. Was haben wir hier? Wir haben im euro-britischen Fund mittlerweile wieder einen Aufwärtstrend. Wir hatten über das Währungspaar ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Heißt also in Prinzip hier, schöner Aufwärtstrend. Schön nach oben gelaufen. Deckel war oben drauf hier bei 0,90, 900. Da ist der Markt runtergegangen. Der Deckel ist auch immer noch da. Aber schön war halt zu sehen, wie diese Aufwärtsbewegung hier. Die Frage, wer kauft nach uns gut und gerne hat beantworten lassen. Hier waren nämlich die Hochs. Da lief der Markt rein. Sehr schön zu sehen. Jetzt haben wir Korrektur. Korrektur heißt, Nummer 1, naja, wir haben jetzt schon ein gutes Stückchen dieses Aufwärtsweges korrigiert. Kann also durchaus relativ deutlich und schnell wieder nach oben gehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn sich die Märkte wieder etwas beruhigen und hier auch etwas Ruhe in den, ja, sag ich mal, Fakt Brexit reinkommt, dann kann es von der Korrektur her auch noch ein Stück weit tiefer gehen, weil das Thema, sag ich mal, ungeregelter Brexit ist ja immer noch nicht vom Tisch. Und sobald diese Nachrichten wieder reinkommen, merken wir auch ziemlich stark, dass der Fund wieder schwächer wird. Und da werden wir dann entsprechend wieder die guten Kursentwicklungen guter Wahrscheinlichkeit her sehen. Heißt also hier, die Korrektur, die kann noch ein ganzes Stückchen weiter nach unten laufen. Marker hier, natürlich erst einmal Tagestief hier von 0,89, 5,7,4. Das ist das Tagestief vom 10.12. Aber wir haben hier auch noch einen schönen Chart-Market drin liegen, die als Unterstützung dienen könnte. Das ist hier der Bereich um die 0,89, 3,5. Was ist da interessant dran? Hier, da war zum einen mal das Korrekturhoch dieses Abwärtstrends, zum anderen war das hier der Bereich dieses ersten Schubes nach oben. Und dann ist es der Bereich, wo dieser Aufwärtstrend hier entstanden ist. Also das ist schon einiges, was an Impact hier dort in den Markt gekommen ist. Und das kann gut und gerne auch schön für eine Korrektur als Umkehrpunkt genutzt werden. Fällt es noch weiter tiefer? Das heißt, Sie sehen, wir haben ja auch ein ganzes Stückchen Korrekturpotenzial nach unten noch vor uns. Und je nachdem, was der Markt spielt, können wir noch etwas tiefer in die Materie reintauchen. Natürlich erst einmal im weitesten Falle das Korrekturtief hier unten bei 0,88, 100. Dazwischen liegen noch ein paar Tagestiefs hier um die Marken von 0,88, 8, 1, 4, 0,88, 7, 4, 3. Das wäre dann dieses hier und noch ein Stückchen tiefer hier liegen. Drei Tagestiefs auch relativ eng aneinander bei 0,88, 6, 0,8. Also das mal hier ein paar Marker im Chart für die Unterseite. Wenn es nach oben geht, nach oben interessant, dann auch hier natürlich wieder ein paar Tageshochs für das kurzfristige Trading. Beziehungsweise die Dinge, die den Markt Schub verleihen können hier oben, die 0,90, 9, 6, 9. Das ist diese Marke hier oben und hier an dieser Stelle hier, zack, nach oben. Da kann der Markt natürlich drüber springen. Und was dann kommt, da müssen wir mal reinschauen hier. Da haben wir Wochenhoch liegen um die Marke von, wo haben wir es liegen? Bei 0,91, 2, 1, 3. Und dann geht es hier oben schon wieder in diesen Bereich rein, wo wir das letzte Mal hier gestanden haben. Imbann war es gewesen? August 2017. Da kann der Markt ohne weiteres auch noch hinlaufen. Und wir sehen hier in diesem großen Chart auch noch etwas sehr, sehr Interessantes. Da möchte ich gleich auch mal darauf hinweisen. Hier, solche Sachen, wie wir sie hier unten sehen, das sind Major Support Levels. Wenn wir da mal wieder stehen sollten, da kann man wirklich gut drauf achten, weil das sind Punkte mit sehr, sehr hoher Marktbetrachtung. Und da sind wir in den letzten Jahren oder vielen, vielen Monaten immer wieder drangelaufen. Und der Markt schnäpste dann immer wieder so ein Stückchen nach oben. Das ist interessant, da sind wir jetzt weit weg, ja. Aber wenn das mal wieder kommt, wo ich das gerade sehe bei der Chartbetrachtung, ruhig auch mal in die größeren Zeiteinheiten reinschauen, weil wir da natürlich sehr, sehr interessante Fakten auch sehen können. Und das ist interessant, wie schon gesagt, für die Planung, wenn der Markt tatsächlich hier nach oben schiebt. Warum nicht? Da kann es hier oben reingehen. Das hängt aber wahrscheinlich auch so alles ein bisschen mit der Nachrichtenlage um Großbritannien mit zusammen. Das müssen wir einfach einmal abwarten. Das zum euro-britischen Fund. Und damit gehen wir hier in den deutschen Lieblingsindex mit hinein, den DAX. Heute mal als, ja, Wert in der Morning-Besprechung und nicht nur einmal in der Woche in der großen Chartschau hier. Nein, heute gehen wir da vorher ran. Warum? Es brennt mir einfach unter den Nägeln hier so ein bisschen was zu sagen, weil wir ein schönes, schönes Chartmuster momentan haben. Ja, was haben wir an Chartmuster? Wir sehen es hier. Ich habe es in den Charts so ein bisschen versucht zu skizzieren. Ich hoffe, es ist gut zu sehen. Wir haben hier im Chart momentan ein Verhalten, wieder mal, muss ich sagen, dass wir innerhalb dieses Abwärtstrends schon sehr, sehr oft gesehen haben. Und wenn man sich Trends lang genug betrachtet, wird man merken, bestimmte Sachverhalte, die ändern sich in einem Trend manchmal gar nicht. Und wenn sie sich ändern, wird irgendwas mit dem Trend anders. Und was wir hier innerhalb dieses Abwärtstrends schon sehr, sehr oft gesehen haben, mittlerweile zum vierten Mal, sind diese korrektiven Phasen innerhalb von flachen Kanälen nach oben hin. Also hier diese bärischen Flaggen, wie man das im Chart so schön sehen kann. Das heißt, was haben wir hier jetzt momentan? Da zoome ich den Chart mal kurz etwas größer. Wir haben momentan genau das Gleiche, wie wir hier und hier und da oben auch gehabt haben. Wir haben jetzt einen schönen Kanal, der nach oben läuft. Hier unten kam die Umkehr. Da ist der Markt losgelaufen. Gut, das ist jetzt alles hier Historie. Das kann man sehr schön sehen. Man konnte das auch schön zum Einstieg nutzen in der Stunde. Das ist alles jetzt kein Thema gewesen. Aber das ist alles Geschichte. Da stehen wir heute nicht. Wir stehen heute hier oben an diesem Widerstandslevel um die Marke von, naja, 10.000, nee, was ist das hier? 11.000 Euro. Also 11.021 hier. Das Level quasi, wo wir nach unten gelupft sind. Da wird es jetzt spannend. Schafft es der Markt drüber, weitet sich die Korrektur noch ein Stück weit auf. Es kann ja sein, dass er wirklich schön tief nach oben in die Korrektur hineinläuft. Was kommt danach? Wir haben ja noch das Tageshoch, das Tageshoch bei 11.100 Punkten, 11.107. Dann haben wir hier ein kleines Gap. Es könnte auch sein, dass der Markt den Gap noch anläuft. Also das heißt, nach oben hin ergibt sich schon noch etwas an, sag ich mal, grundsätzlichen Potenzial, um den Markt nach oben ein Stück weit zu traden. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dieses Muster einfach mal in die aktuelle Chartsystematik eingliedert, ist das, was wir hier jetzt sehen, erst einmal einfach nur eine Korrektur, die sich Stück für Stück nach oben entwickelt. Und dass hier auch immer wieder so ein bisschen Unsicherheit drin ist, merkt man daran, dass hier von oben immer wieder ein Stück weit abverkauft wird. Das sind halt Dinge, wo man sieht, der Markt ist hier immer noch in der Schleife eines Abwärtsmarktes. Das hat man hier auch gesehen. Genau das gleiche. Der Markt schub und schub und schub nach oben, immer Stück für Stück. Die Peaks immer nach oben rein, haben den Trendkanal nach oben ausgeweitet. Und dann kam irgendwann die Umkehr. Das kann hier genauso passieren. Das heißt, hier beobachten wir das Ganze entweder, wenn wir in Trendrichtung laufen möchten, als Bildung dieses wirklich hervorragend funktionierenden Musters hier, dieser ansteigenden Flagge. Wenn das Ding bricht, dann haben wir unser Signal für die Unterseite. Das werden wir dann hier natürlich im Signal, sage ich mal bei den Signalbesprechungen, die wir hier morgens auch machen, wieder mit auf der Uhr haben. Jetzt erst einmal ist es spannend. Warum? Was ist spannend, im Intradihandel bewegt sich der Markt natürlich momentan sehr, sehr schön. Das kann man sehr gut nutzen, um hier solche Marken auch anlaufen zu lassen. Und wenn man dann sieht, man kommt morgens beispielsweise gut rein, dann schön nach oben traden. Oder aber wenn man sieht, morgens fängt der Markt dann an abzuverkaufen. Das haben wir jetzt beim S&P 500 auch die Tage öfter mal gehabt, dass wir sozusagen mit der Markteröffnung komplett angefangen haben abzuverkaufen. Das ist für den Intradihandel interessant. Und das sehen wir hier auch in solchen Mustern immer wieder gut und gerne. Wie schon gesagt, wenn der Markt hier weiter nach oben läuft, die Marken haben wir drinnen liegen. Die Korrektur könnte sich natürlich bis hier oben ausdehnen. Knappe 11.600 Punkte. Da ist genug Luft nach oben da. Die Frage ist nur, wird das machen? Das wissen wir nicht. Wenn ja, können wir das schön über die untergeordneten Charts hier in der Stunde mit betreiben. Das heißt, wir können hier aktuell auch den Stundentrend dazu nutzen, um den Markt einfach hoch zu traden. Wohl wissend, wo die Marken sind, die wir gerade besprochen haben. Und wir hier sehen müssen, ob es hier nicht eine Top-Bildung gibt, oder aber ob wir hier weiter schön einfach nach oben laufen. Das ist schön zu sehen. Wir haben jetzt hier schön diesen aufwärts schwingenden Markt. Der ist jetzt da. Den kann man wirklich richtig dazu gut nutzen, um nach oben zu traden. Und wie schon gesagt, wenn er rumdreht, dann bricht halt dieser Aufwärtstrend, der die korrektive Phase darstellt. Und dann haben wir das Potenzial nach unten. Das also mal hier als Fokus, wie man sich strategisch im DAX momentan auch aufstellen kann. Ähnliches kann man auch im S&P 500 machen. Möglicherweise, wenn wir die Zeit haben, gehen wir dann morgen hier im Freitagswebinar drauf ein. Im Freitagswebinar geht es hier, wie ich das beim vorletzten Mal, also eigentlich für die letzte Woche angekündigt hatte, wo ich aber dann doch wichtigerweise das Thema B-Spuck auf die Uhr genommen habe. Wir sprechen diese Woche im edukativen Teil über das Thema Verortung von Handelssignalen. Und da packe ich auch gleich mal noch so ein bisschen Thema Money Management mit rein, weil gerade jetzt in dieser Phase spielt Money Management eine sehr, sehr große Rolle neben dem klassischen Risikomanagement. Und da will ich einfach mal ein paar Worte zu sagen. Also das wird spannend hier auch unter dem Blickpunkt auf das Thema Trading mit Margin im Money Management. Das besprechen wir morgen an dieser Stelle. Ganz, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen sehe ich jetzt hier nicht. Also allen heute wieder gute Trades. Es bleibt extrem spannend. Und damit Tschüss, bis morgen, Ihr Mike Seidel. Ciao, ciao.